Ah, Cut! 1, 2, 3, 4 4 Äh, falsch! 6 8 So, und deswegen müssen wir jetzt alles NOCHMAL zersiegen! Hä? Iron Panel? Iron Coral? Gibt nen Iron Panel? Was? Was hab ich jetzt? Jetzt hab ich Iron Cover Hm, ich brauch aber nen Iron Panel Hä? Und das krieg ich WET Nur mal! Also, ich hab jetzt das da Damit kann ich dann ein Iron Panel machen So, und mit diesem Iron Panel Hä? 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 Das hab ich doch zersägt! Was tust du überhaupt gerade? ich erstelle gerade diese charging bench macht das jetzt ein Unterschied ob ich das seitlich hinsetze oder oben jetzt habe ich gerade aber mega viele rohstoffe verbraucht das muss ich alles noch mal machen so ein Block auf Eisen zersägen Kannst du dann mal, warte wenn das gleich funktioniert so was kann ich ich bin nicht an der Lava angekommen wenn ich sag mal runter schauen ob da bei diesem Endertank ob da Lava rein fließt aber das kann doch gar nicht ich weiß es ist noch nicht fertig also es ist noch nicht so weit ok ich bin zusammengekommen oh mein Gott wenn das funktioniert besser jetzt brauche ich erst wieder Sticks ja wenn du jetzt zu weit bist zack oder geh ich halt mal runter ja ok warte ganz kurz noch ja wenn du jetzt zu weit bist zacks oder geh ich halt mal runter ja so ok musst du dich gucken unten bei den Motoren unten bei den Motoren ok warte ich muss erstmal hinlaufen ich schlüsse sieht komisch aus das Ding einen Endertank ja ähm wo steht denn? ach der ja der füllt sich mit ja ja fließt jetzt auch schon in die Leitungen nepp da ist so ein Symbol drauf vorne wenn du da rechts nicht aufmarsch kannst du es drehen öh warte jetzt mal so dass blau unten ist ja jetzt die Fließlauber raus in die Leitung ja perfekt wird dann muss ich jetzt nur irgendwie zu kommen aber die Lava wird dezent sehr schnell weniger was weniger mhm ja du bist halt in die Tanks oder stehen mhm ne in den einen ja aber in den anderen nicht ja es geht grad sowieso noch extrem langsam ok aber der das blaue ist unten noch gut weil ich hab das gerade bei mir rumgestellt gehabt dann ist das kurz zurückgeflossen ja ja mhm ja also würde das passen jetzt ah waypoint ja mhm die sind auch nur Redstone Engines dran aber vier Stücken die laufen halt erst noch warm mhm ja aber Lava hat ja eine sehr sehr hohe Energiedichte da passt das mhm 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 wird aus der herausgekommen wenn die normale welt durch portal doch das führt das führt in die ja direkt bei anderen portalen ist eigentlich ein weg nach oben sein das steht mir zu gebraucht in der du? ne ne eigentlich nicht nicoleit koppa scheiße du bist gerade in der höhle da drin gell ja ich bräuchte ein koppa achso bin ich da drin äh ich zu eins ok wenn du mir zeigst wie hier rauskommt ja kann ich dir dann ich brauch nur ein einziges koppa ich schau mal ach Gott ja ich hab welche ok ja im meserator sind es ja ist verdoppelt zu viel vielleicht acht stücke im meserator ja da kann man das verdoppeln wenn das ohr in den meserator macht dann wird es doch verdoppelt ja in den fabricator ok ok wie komme ich hier raus? ich komme gerade zu dir also wo? ok hier ist es hier direkt hier ja durch das Loch ja bombe und dann hast du dann hast du ja ein waypoint oder? ja ja und jetzt hier entlang oh Gott ist ja gleich da vorne ja ich weiß wir haben da voll Dusel weis eigentlich ja das ich finde das geht noch voll mit der Entfernung ja schon wir können da auch voll Dusel haben und 3.000 Blöcke jedes Mal weg sein ja wir haben schon eine Lava oh mein Gott machst du die Copper? ja ich schmeiß den danke ich schmeiß den und dann